Nicht drehen, nicht drehen jetzt. Wieso? Du darfst nicht drehen. Du musst immer schauen. Von unten auch der Faden. Der Faden. Danke. Mein Leben in Afghanistan. Da habe ich Arbeit angefangen. Sechs Jahre, sieben Jahre war ich. Als Schneider. Taschen machen, Rucksäcke und sowas. Das ist der Problem, dass ich nicht schlafen kann. Das ist meine Familie, Afghanistan. Ich vermisse meine Familie sehr. Sie liest manchmal die Bücher vom kleinen Prinz. Und dann schlafe ich so ein. Box ist der einzige und Kickbox ist der einzige für mich in meinem Leben. Sie hat für mich eine Probetrainings organisiert. Das war sehr, sehr für mich gut. Und diesen Sport werde ich weiterentwickeln. Champion in der Welt. Das ist mein Ziel, wie Tyson ist. Ja, jetzt leben wir da zusammen und uns geht es eigentlich gut. Ich kann sagen, mein Leben hat sich wesentlich verbessert. Es ist spannender, unterhaltsamer geworden, nicht mehr so eintönig. Es ist ihr Leben ins Haus gekommen und das finde ich sehr schön. Danke.